Kontroverse Dinge, die ich als Vocal Coach nie machen würde. Let's go! Nummer 1. Ich würde nie was mit einem Schüler anfangen. Richtig, richtig. Kurz mal Storytime, ein bisschen was erzählen. Auch wir hatten hier Schüler gehabt, oder ich, die mir tatsächlich auch mal hier und da so ein bisschen Avancen gemacht haben. So durch die Blume, mir immer gesagt haben, wie gut ich aussehe oder mir immer wieder Komplimente gemacht haben, die sich vielleicht mal irgendwie zum Kaffee treffen wollten hier in Hamburg. Und ich sage euch, Leute, Nummer 1, kontroverse Dinge, die ich nie machen würde als Vocal Coach, ist erstmal Schüler daten. Da bin ich rigoros. Es gibt immer einen alten Spruch, don't boop in the office. Und ich bin ein großer Befürworter, ganz, ganz groß immer schon gewesen, Privat und Business immer voneinander fernzuhalten. Ob in Beziehungen, ich versuche es zumindest, so gut es geht, oder Freundschaften oder irgendwo. Privat ist Privat und Business ist Business. Und je nachdem, in welchem Setting ich mich befinde, ja, zum Beispiel bin ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie in einem ganz anderen Setting und ich bin jetzt mit Leuten, was weiß ich, aus dem Finanzbereich unterwegs. Dann, worüber reden wir über Themen in dem Bereich? Ich würde da nie meine privaten Sachen rauslassen. No go. Dazu habe ich den hier. Nummer 2. Nummer 2 ist wirklich tatsächlich total radikal sein. Ja, ich bin auf YouTube und ich bin auf Instagram und ich bin immer radikal in meiner Meinung sagen, aber nicht im Unterricht meiner Schüler. Ich würde niemals zu meinen Schülern Sachen sagen wie, ey, reiß dich doch mal zusammen jetzt. Arschbacken, zusammenkneifen und jetzt komm, die schaffst du auch noch, die Note. Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich werde doch hier verrückt langsam im Haushalt. Och Mensch, also jedes Mal dieses Gejammer, es ist ja wohl unerträglich, oder? Was ich also niemals machen würde, kontroverse Dinge, ist wirklich Schüler verbal attackieren oder die einfach angehen, wie in diesen ganzen TikTok-Videos oder auf YouTube, wo man dann so plötzlich sieht, wie der Dozent durchgedreht ist, überhaupt Klavier spielen und rumschreit und rumpöbelt. Ich würde das nie machen. Ja, es gibt auch mal Momente, wo ich sage, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich habe es jetzt 30 Mal erklärt, aber ich bin über diesen Punkt schon hinaus. Also ich erkläre es immer und immer und immer und immer wieder. Und ich habe immer größtes Verständnis dafür, wenn es nicht klappt. Ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Ich kenne das ja alles persönlich. Andere kontroverse Dinge, die ich niemals machen würde, wäre ohne gute Rechtfertigung einen hohen Preis zu verlangen. Also ja, bei mir sind die Einzelstunden und Stunden und Workshops in einem internationalen Preissegment. Das bedeutet aber auch, dass ich das immer gegenrechne mit der Leistung. Das bedeutet, meine Leistung wird basiert und kalkuliert anhand der Zertifikate und Fortbildung, die ich gemacht habe. Ich mache jedes Jahr bis zu vier verschiedene Zertifikate und Fortbildung. Und deswegen messe ich das so. Also nach dem, was habe ich eigentlich alles schon gemacht, an Berufserfahrung, die mit dabei ist, welche ausländischen Zertifikate sind auch noch drin, an denen der Preis mitkommt. Und ich würde niemals irgendwie so einen Preis machen, der nicht gerechtfertigt ist, der auch gar nicht vielleicht zu deutschen Standard passt. Da muss man immer trotzdem schauen, also inwiefern ist das jetzt eine gute Berechtigung. Ich glaube, wenn man Stars unterrichtet hat und man hat so à la J.Lo, der Vocal Coach von J.Lo, der hat ja Stars unterrichtet, der unterrichtet ja J.Lo und andere Stars. Ich glaube, der ist teuer, ja. Ich glaube, der ist definitiv teuer, aber der ist da in Beverly Hills und er muss in Beverly Hills auch von irgendwas leben und deswegen reicht der J.Lo nicht aus und er muss auch andere Leute unterrichten. Ich glaube, der nimmt da seine 500 Dollar die Stunde oder so. Also ich glaube, der nimmt mindestens 300 Dollar die Stunde. Mindestens. Ich kenne andere Vocal Coaches in New York City, die 300 Dollar die Stunde nehmen und auch da muss ich auch sagen, ey, sorry, ich habe keine 300 Dollar die Stunde. Ich würde wahnsinnig gerne mit ihr arbeiten, aber I pass. Sorry. Was anderes, was ich als kontroverse Dinge, die ich niemals mehr tun würde, ist Schülern in ihrer privaten Freizeit schreiben. Also dieser private Kontakt, das habe ich über die Jahre gelernt, es ist ein No-Go, es ist nicht gut, es geht sich nicht auf. Die Problematik ist immer, dass meistens unsere Schüler sehr gerne privaten Kontakt hätten. Ich weiß das auch. Und mit unseren ganz alteingesessenen Schülern und Sängerinnen habe ich dann auch privaten Kontakt. Aber ich habe mir das über die Jahre abgewöhnt, radikal abgewöhnt. Es vermischt die Grenzen, es führt dazu, dass Grenzen vermischt werden, es führt dazu, dass dann auch Respektlosigkeiten entstehen, Zahlungsschwierigkeiten entstehen. Also dadurch, dass Grenzen vermischt werden, haben wir immer dieses Problem, dass der Schüler dann plötzlich dich anders sieht, anders wahrnimmt, anders respektiert, auch anders mit deiner Zeit umgeht. Und ganz ehrlich, es war ausnahmslos immer so. Es gab keine einzige Ausnahme, es war immer, 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 immer so. Das heißt, Schüler im Schnitt, wenn du mit denen zu sehr privat bist, dann kann es sein, dass die dich dann vielleicht nicht mehr so respektieren, wie vorher. Andere kontroverse Sachen, die ich nicht so unbedingt unterstützen würde, ist alles, was so Kinder und Sexualität, das unterstütze ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin kein großer Fan davon, wenn die Kiddies bei uns hier irgendwelche Songs singen, die eigentlich für Erwachsene sind, also da bin ich auch wirklich radikal. Es sei denn, die Eltern wollen das oder für die ist das in Ordnung. Aber ich schaue auch immer bei der Songauswahl, was passt jetzt zu dem Kind. Klar kommt dann das Kind mit verschiedenen Songs. Und letztens hatte ich eine Schülerin gehabt, die hat Milkshake gesungen von Keisha. My Milkshake brings all the boys to the yard and they're mine. It's better than... Ja, da war ich noch Teenager, wo der Brecher im Radio war. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, fand ich nicht cool. Ich fand es auch nicht witzig so. Weil ich fand es einfach nicht witzig. Weil ich weiß ja, worum es geht in dem Song. Und wenn meine achtjährige, neunjährige Schülerin sowas singt, also für mich ist das ein absolutes No-Go. Andere kontroverse Sachen, die ich auch niemals tun würde, ist Leuten irgendwie bei DM schreiben oder Leuten in den Gesangsunterricht bewegen via Instagram und TikTok, dass ich denen jetzt plötzlich schreiben würde, komm mal bitte rein in den Gesangsunterricht und willst du nicht mehr bei uns irgendwie. Das mache ich nicht. Sondern entweder jemand hat Interesse und hat Lust, unser Angebot kennenzulernen, ist cool und wenn nicht, dann nicht. Und dann penetriere ich jetzt auch diese Leute nicht in ihrer Freizeit. Habe ich nie gemacht. Finde ich auch total doof. Also würde ich alles nicht machen. Wenn ihr Teil 2 von kontroversen Dingen, also so richtig die juicy, juicy, juicy kontroversen Dinge hören wollt, dann müsst ihr mir das sagen. Dann müsst ihr mir das sagen, weil dann mache ich ein zweites Storytime und hole mir meine ganzen Top-No-Gos, kontroversen Sachen raus, die ich alle erlebt habe. Und ich sage euch, die waren nicht jugendfrei. Da waren einige Sachen dabei, die waren nicht jugendfrei. Und ich habe gedacht, es ist Zeit, dass ich mal ein bisschen ein paar Details erzähle. Ja. Also Daumen hoch, Abonnement, wenn du mehr juicy, kontroverse Dinge, die ich nie machen würde, als Vocal Coach hören willst. Und ja, dann würde ich sagen, schreib die mal unten hier rein, dass ich weiß, das Video kommt gut bei dir an. Diese anderen Videos, die du jetzt siehst, und das sage ich jedes Mal, sind wirklich gut. Die solltest du dir angucken. Und wenn du eine Baustelle hast, schreib sie uns, schick uns eine DM, speichere dir das Video ab, wenn es geht. Meistens kann man hier wirklich allen helfen. So, Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.